Hallo, hallo, hallo. Hier ist nun der 144. Tag in meinem... Und ich bin heute im Büro und hier bei mir ist der Data Max Hopp. Hallo, hallo, Freunde. Alles gut? Das Buch von Max Hopp ist da. Er ist dabei, es zu signieren. Das gibt es auch zu kaufen. Ihr könnt es bestellen. Ich blende jetzt mal die Seite ein. Da könnt ihr dann, wenn ihr möchtet, könnt ihr es bestellen. Denn Max Hopp und ich, wir haben beide es verfasst. Voll geil, oder? Ja, der Sascha natürlich den größten Part, aber... Ja, ich bin ja auch der Autor und du bist der Data, hallo. Dafür kann ich keine Pfeile werfen. Klar, wir wollen eine Verteilung. Und ich kann dafür keine 10 Kilometer laufen. Ja, aber schon ein bisschen. Gehen kannst du sie. Ich werde gleich rot, Sascha. Also ich gehe auf jeden Fall nachher nochmal laufen. Dann melde ich mich nochmal. Aber erstmal müssen wir hier signieren, signieren, signieren. Weil unter der eingeblendeten Webseite, da kann man nämlich signierte Exemplare bekommen. Die ersten 501 von Max Hopp, das ist es. Jawollo. Und da haben wir die Signieraktion mit Max erstmal unterbrochen. Weil ich muss laufen gehen. Das ist wichtiger. Thomas hat mich angerufen. Thomas hat natürlich Priorität. Ist ja klar. Ja. Projekt 80 hat Priorität. Wir laufen jetzt erstmal. Gute Stunde. Oder 70 Minuten oder sowas. Kriegen wir hin. Und heute Abend treffe ich wieder den Max. Kommt nochmal vorbei. Ist ja um die Ecke. Der wollte ja nicht. Der wollte nicht. Ne, hat keine Zeit. Schade. Schade, schade. Nächstes Mal, Max. Mann, wir laufen da hier. Wir sind so faul. Warum scheißen so? Werden sich mal gefragt. Ja. Verstehe ich auch. Ist doch egal. Und da sitze ich wieder mit Max Hopp. Er signiert das Buch. Und wir werden heute eine Nachtschicht einlegen. Ihr könnt jetzt bestellen. MaxHopp-Buch.de Das signierte Buch. Welche Nummer hast du gerade? 226. 226 von 501 signierten Büchern. Das ist der Plan. Also haut rein, wenn ihr wollt. Jetzt hier. Da ist die Seite. Und ich mache mich jetzt hier nochmal an den Rechner. Und außerdem. Morgen geht es weiter mit Tag 145 in Projekt 80. Das ist doch hier eigentlich der Plan. Richtig. Supportet mal den Sascha. Nicht mich hier. Genau. Cheerio Miss Sophie. Bis zum. Wie heißt das? Bis zum morgigen Tag. Richtig. Bis zum morgigen Tag.